aber heißt dann hat jetzt geklappt warum baust du den in einem busch da war kein busch also ich sehe da kein busch wenn er ein busch wäre ist ja nicht so schlimm weil wir frieren warte mal könnte ich da könnte ich doch jetzt mal was ausprobieren moment 14 grad minus 12 grad da hat sich ein lurch verbrannt ich sehe da hinten schon was das sind lauter komische lichter da hinten im wald ich mache das gleiche wie der lurch grad weil er hängt bei uns auf dem baum ich verschleiche mich jetzt mal kurz da oben hin und das schöne was dran ist die können ja nicht hoch kommen aber ich könnte jetzt mal was ausprobieren weil ich habe ja hier feld 14 grad habe ich gesagt dann könnte ich doch mal klatsch schauen doch jetzt habe ich 37 grad körperdemperatur und vorher habe ich 40 grad gehabt aber kommen die ureinwohner jetzt hierher ach du bist auf der anderen seite ach schau mal wie wir da schon abgefällt haben die hasenfalle ging zu ok dann hätten wir unseren ersten hasen schon mal aber ich sehe keinen mehr keine ureinwohner mehr das halte schön und als an dieser plattform noch nicht aus echt rundum sicht da ist ja auch keine lichter mehr ah ich habe den hasen dann ab in den körper läuft ein kollum ein einzelner die richtung der erste hase ist im käfig oh da hinten ist eine patrouille da hinten ist wieder scheinwerfer ok siehst du wo ich hinleuchte mit der taschenlampe nein sehe ich gerade nicht aber in welche richtung ich schaue oder ne weil ich zu weit weg bin doch ja jetzt sehe ich es wie tut man die hasenfalle eigentlich wieder aktivieren so nebenbei nein du stehst doch schon wieder schon wieder oben musste ich gerade machen glaube ich ich komme mal zu dir rüber abgespeichert habe ich es noch gar nicht es sieht schon alles aus also wir haben hier schon einiges weggeholz ja siehst du kollum beim hasen ja stimmt ich glaube dass ich jetzt unser essen oder was hat er hunger auf hasen auf einmal und kannst du ihn selber fangen oder was mal ducken ob der uns sieht könnt ihr uns doch gar nicht jetzt holt er seine ganzen art genossen oder so so gerade mal meine axt verbessern es ist irgendwas war da irgendwas wollte ich ja machen äh kann ich gar nicht wirks mit federn geht es ja auch gell federn ist geschwindigkeit wie viel brauche ich da eigentlich eine feder pro upgrade ein harz und eine feder weil 10 habe ich ja noch nicht aber ich investiere gerade alles an meine ganzen federn rein also 15 stück ich bin mal gespannt wie schnell dann die axt zuschlägt die kleine ne 17 waren das sogar 17 federn so wo bist du wer wollte zähne ja zähne sind gut hast du schon erledigt oder was na jo das sind einige zähne hier ja fängt doch schon mal gut an würde ich sagen und die achse ist richtig schön schnell einmal futtern ne unser hause ist noch da was essen wir denn um durch re fisch ne große ausfall hier das machen wir mal fisch schau mal her ohne dass du mir rein rennst pass auf ich bin schneller ja gut ich habe jetzt nur 10 drauf nein jetzt habe ich die nasen aus versehen mitgenommen dann hängen ihn hin der kannst du nicht kannst nur aus dem käfig wieder raus und schon wieder so viel müll hier tag 2 wo wir überlebt haben meine freunde so jetzt können wir unsere axt glaube ich auch gleich mal ein bisschen verbessern so dann jetzt richtig schön für den anfang wir sollten jetzt jetzt mal hier unsere rohstoff sammel dinge abbauen die call da et cetera pp so kommen auf jeden fall und ich glaube wir haben schon wieder einen hasen oder habe ich gerade eigentlich ein abgeschlachtet ein abgeschlachtet man bist böse man erlebt noch oder ja da hübsch nach deinen röhren futter futter dass du schön dick und fett wirst dann schmeckt er noch besser weil frisches fleisch ist immer besser was anstatt getrocknenes fleisch oh corned beef kann echt lecker schmecken ja mehr sticks habe ich nicht und der lurch ist drin in der falle oder was also es ist nicht nur eine hasenfalle ist auch eine lurchfalle jetzt habe ich aber ein lurch nicht in der hand oder schon interessantes ganze ich krieg nichts mehr drauf auf die achse oder was hier zum trocknen habe ich gerade muss muss ich schon außen rumlaufen dass ich dann beim platz find systeme hast du genug zu essen für die nächsten tage man kann sogar mit den holzstämmen auf der schulter klettern macht vielleicht später sind wir was aber die hackten den auch schneller weg oder kann das sein ich muss jetzt aber auch ein wenig hacken weil ich habe kein ding mehr ich habe gerade alles investiert mit den federn ja jetzt hat schon was definitiv boomhütte da jetzt kommt der baum weg da unten liegt jede menge holz ne ja ja liegt überall hier rum also wir haben genug holz hier an ressourcen fällt es uns hier überhaupt nicht wir sollten vielleicht doch wieder drei lockhalter bauen mhm ja mit stickies und so weiter das geht ja noch ne ja so dollar ja irgendwas wollte ich jetzt gerade im inventar ja genau ich wollte nämlich noch meinen kassettenrekorder mit der kassette verbinden so da habe ich das in mir auch schon mal gemacht jahrzehne habe ich jetzt leider keine mehr sonst hätte ich meine achse noch verbessert dann würde ich sagen speichern wir das ganze ich komme auch zum speichern ja dann kommen mit hoch ich habe jetzt so dollar dann machen wir das doch mal stark so meine liebe freunde dann war es das erst mal von the forest mit unserem großen let's play der anfangen wir haben eigentlich schon viel geschafft muss ich sagen wir haben hier ein baumhaus gebaut wir haben vorräte wir haben eine hasenfalle gebaut wir haben sogar unseren ersten hasen schon gefangen oder zwei sogar schon wir haben sogar schon durch ja und durch haben wir gefangen mit der falle aber irgendwie ist er wieder raus und ja wir haben ja schon den ersten urwohner gesehen hier eine patrouille haben wir auch schon gesehen aber die hat uns gott sei dank nicht angegriffen und dann würde ich sagen dann zehnmal dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder auf dem koop und wir freuen uns schon drauf weil wir das ganze jetzt abschweigen können und daher weiterspielen können und darauf freuen wir uns echt tierisch dann würde ich sagen bis zum nächsten mal euer blair skype member und euer joker baby